Turm mit Spitze. Der neue Wasserturm in Dessau-Rosloh am Lutherplatz hat seine Spitze wieder. Das frisch sanierte Turmzubehör wurde am Dienstag bei guten Witterungsbedingungen mit einem Kran auf seinen angestammten Platz gehievt. Die 11 Tonnen schwere Laterne ist nun mit rund 300 Schrauben auf dem Wasserturm befestigt. Eigentlich sollte die Turmspitze schon vor dem Winter aufgesetzt werden, doch schlechtes Wetter verhinderte damals die Maßnahme.